Es ist einfach ein magischer Ort. Ein Ort, der meine Einstellung zu unserem unerschönen Planeten noch stärker verändert hat, als ich das ursprünglich gedacht hatte. Hallo Soundsoft Team. Hallo. Ich hatte eben die Gelegenheit, den Titel zu hören, der aus meinen Songs von der internationalen Raumstation ISS entstanden ist. Und ich muss euch sagen, das war ein ganz außergewöhnliches Gefühl, diese Musik hier oben zu hören. Es war mir auch nicht so leicht gefallen, die Geräusche zu erkennen, aber ich bin mir fast sicher, dass zumindest das Klappern unserer Muckibude mit dabei ist. Was für mich ein bisschen seltsam war, war meine Stimme mitten im Song zu hören. Da musste ich ein bisschen zucken. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Also, ganz vielen Dank Valentin alias Virtual Riot und Nisse für diese klasse Überraschung. Ich habe mich sehr gefreut. Alles Gute von der internationalen Raumstation. Tschüss.